Yo Leute, das hier ist gerade die 12 Uhr Folge, die müsste auch um 12 Uhr jetzt kommen, aber ich hab das alles überhaupt nicht gepackt heute. Ähm, es ist jetzt gerade 12 Uhr quasi. Oh Gott, und ich hab total... Ne, ich bin ja aktuell, wie gesagt, ich bin immer noch erkältet und krank und... Oh, das ist so nervig, ich hasse sowas. Kranke Scheiße, Alter. Ah. Ja, ne. Ich hoffe, das hört man nicht an meiner Stimme zu hart, aber ja. Ich bin, wie gesagt, erkältet und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich das dann heute nicht geschafft hab, um 12 Uhr pünktlich und alles und ooooh. Oh, nein, ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ah, ich bin zu nah gegangen, ne. Fail. Aber er ist auch runtergefallen. Aber lustig, wie ich einfach viel zu nah gegangen bin. Hi, mein Freund. Hi, mein Freund. Das kann man dann verzeihen. Ich dachte, er ist halt kein Antilopic, aber er hat nur geleckt. Und dann kam alles später bei ihm an, quasi. Ne, so gesehen. Ich hasse es so hart, erkältet zu sein, aber ich verstehe nicht, wieso ich das jetzt wieder bin. Es nervt. Es nervt. Oh, Mann. Oh, Mann. Alter, die Geräusche. Das klingt so scheiße, wenn man erkältet ist. Oh, scheiße. Man kann sich doch noch viel schlechter konzentrieren. Das ist doch krank. Schlechte Wortwitzel incoming. Ich spiele ja gerade heute, ich spiele heute richtig krank, ne. Krass, ne. Wie krank geht es heute, ich spiele. Na, noch zwei. Bitte. Komm schon. Zwei Stück noch. Komm schon, bitte. Papa. Danke. Ich wollte schon sagen, es baut ja auch mal, hä? Spastis. Oh, da baut sich jemand hoch. Schnell weg. So. So. Erstmal abgesperrt unter mir. Geht doch. Der wollte zu mir, der Typ. Typus Grandos. Aber, wir haben ihn erfolgreich abgewehrt. Zack. Ich dachte gerade, ich habe Schritte gehört. Ich bin schon Paranoia. Genau, ich bin schon Paranoia. Mit Manuel Neuer zusammen. Ich bin schon Paranoid, wollte ich sagen. So. Jetzt noch den Rest Blöcke, ein paar. Pow. Sollte auch schon reichen. Das heißt, wir können wieder auf Jagd. Ja. Okay, der Rote ist so ein Kamikaze-Typ, der mich unbedingt tot sehen will. Warum auch immer. Ich habe mir nichts getan. Dann gehen wir aber mal zu Rot. Hey, 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 ja, ha. Oh, tschüss. Oh, der hatte wohl diskodeckt oder so. Äh, so. Hust, hust. Okay. Und jetzt. Und jetzt. Ich bin pink. Ich habe mein Gelb. Ich bleib noch. Na ja. Noch gelb. Yo, yo, yo. Ah. Gut doch. Ups. Pam, pam. Nein. Nicht flüchten. Er ist gelieft. Oder was? Ja. Ich glaube, der ist gelieft, ne? Oder ist er gestorben? Ich glaube, der ist gelieft. Oder gestorben. Eins von meinen. Ich glaube, gestorben. Vielleicht auch gestorben. Aber ich habe den Kinder nicht bekommen. Trauriger Moro. Ups. Und bist du noch an der Web? Nochmal Stages hoch. Crystal Meth. Ja. Nochmal Crystal. Weiß ich bin schon mal mit der Runde. Oh, ich hasse es, krank zu kommentieren. Das ist so schlimm. YOLO. YOLO. Capolo. Ja. Ah. So. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und zack. So, auf zur Mitte von der Tüte. Das schaffen wir. Jo. Ja. Ne, so viel Blöcke brauchen wir ja nicht mehr. Jetzt bin ich die Sekundenanzahl unten, ne? Jetzt wisst ihr ungefähr, wie lange noch. So, 15 Sekunden circa. 10. Nein, okay. Ja, oh, mein Gold, Digga. Mein Gold. Mein Gold. Mein Gold. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ah, 10 Gold. Er hat sich leider nicht wieder verpisst zu seiner Basis. Schade. Immer meine sneaky Angriffe, ne? Das ist immer eine schöne Sache. Und spitze Kette. Ja, ausgerüstet. Pam. 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 Okay, der Gelbe ist in der Mitte. Äh, nee. Ich will erstmal die Gold, äh, Goldzufuhr verhindern. Ist mir wichtiger. Oh nein, der Gelber hat Gold gesnackt. Nein, 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 nein. Das ist bad. Das ist badly damaged. Dann muss ich auch noch was kaufen beim Händler. Von daher können wir ganz schnell rüberrennen. Und wir sind drüben. Ja, geht doch. Wuh. Kein Problemo für den Emo. Neuer Spruch, der reimt sich. Der ist aber voll uncool eigentlich. Aber er reimt sich. Nur deswegen sage ich ihm. Bin schon krank, oder? Ja, ein bisschen. Aber ich bin da. Ich darf das. Ich bin krank. Ich bin krank. Ich darf das. Ich bin krank. Ich darf das. Ich bin krank. Ich brauche mir ein bisschen Gold. Ich brauche mir ein bisschen mehr. Ja, was ist los, Digga? Ja. Sollte ich schon sagen. Alles gut mitnehmen. Und dann kommen wir uns an Rettungsplattformen. Beim Schwarzen natürlich. Müssen wir ja noch mit vernichten. Okay. Okay, er fällt. Ach, komm schon. Ich hasse das, wenn die dann noch wegrennen, weißt du? Die können dann immer noch Böses anstellen. Ja, geht doch. Dann hole ich mir jetzt meine Rettungsplattformen. Oh, ich liefe, damit du deinen König bekommst, Bastard. Extras. Pow. Okay. Jetzt haben wir schon mal Gelb. Gelb ist rausgegangen einfach. Okay, Yolo Kapono. Pink ist gar nicht dabei, aber juckt den Turkisen einfach nicht. Es leben noch zwei andere, ne? Ich habe mein Wert nicht mehr, ne? Ich bin blau, ne. Rot und Türkis. Rot ist mies. Rot macht so ein bisschen. Türkis ist ein verpeilter Dude. Hä? Müssen wir uns mal überlegen, was er macht. LR Perle Stärke tragen? Ja, doch. Ich kann mich damit einfach hochbauen und das sparen wir so Zeit. Ja. Aber Stärke tragen ist schön. Und LR Perle. krank sein ist scheiße. Richtig krank ist das. Ist doch krank. Äh. 13. 20 brauchen wir. 20 Gold. Okay. Merken wir uns. Ah. Ah. Ein bisschen höher. Ah. Wieder ein bisschen höher. Er fällt von alleine runter. Okay. Warum nicht? Na ja, brauche ich gar keinen Stärke tragen mehr, oder? Na ja, egal. Ich hole mir trotzdem einen. Lalalalalalalalalala. Ah. So. Nee. Erstmal mit der Inner Perle rüber. Gehen wir zu Grün rüber. Ist nicht so gefährlich. Okay. Rot haben wir. Rot ist tot. Dann müssen wir noch zu Türkis. Der hat ja schon vorgebaut, quasi. Von daher ist Türkis gar nicht mehr so mies. Und wir besuchen den jetzt einfach. Yolo. Ach ja. Ah. Ah. Okay. Wie gesagt, ich nehme den Part echt gerade jetzt spontan auf. Es ist eigentlich schon nach 12 Uhr. Und ja, das tut mir, wie gesagt, auch sehr leid. Wo ist der Türkise? Ist der runtergefallen in dem Moment, oder was? Komischer Dude. Bis zum nächsten Part auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Das war ein echt kranker Part. Hahaha. Förfan. Bye. Bye. Vielen Dank.